Musik Der Herbst präsentiert sich derzeit da wirklich von seiner sehr kaiserlichen Seite. Die Luft ist extrem trocken, dadurch gibt es eine fantastische Fernsicht. Von den höchsten Bergen Österreichs aus konnte man da heute mehr als 150 Kilometer weit schauen. Und damit jetzt einmal ein herzliches Servus beim Wetter. Wir sind da heute im Tiroler Unterland unterwegs. Ganz genau stehen wir hier oben am Brandstadl in Schäffau. Und von hier haben wir wirklich einen traumhaften Blick auf den wilden Kaiser mit seinen unverkennbaren schroffen Felswänden. Ja und das Bergwetter war heute ja auch ideal und morgen geht es ganz ähnlich weiter.